Das Royal Street Orchester ist zweifelsohne eine Liveband, die Spaß daran hat, mit seinem Publikum zu feiern und für sein Publikum zu spielen. Das ist ganz klar, weil die Interaktion, die wir da haben, das ist einfach, das schaukelt sich hoch, das ist ein tolles Gefühl. Die Hütte brennt einfach immer, wenn wir spielen. Das macht viel Spaß. Live at Utopia Stadt ist ein wunderbares Album, was uns genauso abbildet, wie wir sind. Was die Fans erwartet, ja, ein sehr schönes, sehr lebensechtes Album, aus dem auch keine Obergabs gemacht wurden. Also normalerweise ist ja heutzutage auch so Live-Album, heißt alles im Studio nachgespielt und das haben wir nicht gemacht. Also es ist ein echtes Live-Album, so wie man es früher für Live-Album gemacht hat. Was wir da an Liebe ausgestrahlt, aber auch zurückbekommen haben, das war so fantastisch. Das war so fantastisch.